Es war einmal eine arme Witwe, und sie hatte einen Sohn, Jack, und eine Kuh, Bilyanka. Die Kuh gab jeden Morgen Milch, und Mutter und Sohn verkauften sie auf dem Bazar, und so lebten sie. Aber einmal gab Bilyanka keine Milch und sie hatten kein Essen. Mama beschloss, die Kuh zu verkaufen und mit dem Erlös ein Geschäft zu eröffnen. Jack nahm den Zügel in die Hand und führte die Kuh zum Markt. Kaum war er angekommen, traf er einen wunderbaren alten Mann. Er sagte, er würde gerne Jacks Kuh gegen Bohnen eintauschen. Und mit diesen Worten holte er eine Handvoll seltsamer Bohnen aus seiner Tasche. Der alte Mann sagte, diese Bohnen seien magisch. Sie müssen abends gepflanzt werden und am Morgen wachsen sie bis zum Himmel. Jack wurde sehr interessiert und stimmte zu. Der Junge kam früh nach Hause. Mutter war sehr wütend, dass er der Milchkuh in der ganzen Gegend eine Handvoll böser Bohnen gab. Aber Jack erinnerte sich an die Worte des alten Mannes und entschied, dass es nichts zu tun gab, und pflanzte die Bohnen in den Hof. Er ging traurig, traurig auf seinen Dachboden und schlief ein. Am Morgen wachte Jack auf und sah so etwas wie einen großen Baum im Hof. Und dies, wie sich herausstellte, sprossen seine Bohnen und der riesige Stiel wuchs weiter nach oben, bis er bis zum Himmel wuchs. Jack sprang auf den Stiel und stieg wie eine Leiter hoch. Er kletterte und kletterte und kletterte und kletterte, bis er endlich den Himmel erreichte. Dort sah er eine lange und breite Straße, die ihn zu einer riesigen Burg führte. Jack ging zu seinem Tor und klopfte an. Das Tor öffnete sich und eine große Frau stand auf der Schwelle. Der Junge stotterte vor Angst und bat um etwas zum Frühstück. Die Riesin ließ ihn herein, warnte ihn aber, die Aufmerksamkeit ihres Mannes nicht auf sich zu ziehen, weil er ein Kannibale ist. Sie brachte Jack in die Küche. Doch bevor er Zeit hatte, die Hälfte seines Frühstücks zu essen, zitterte plötzlich das ganze Haus vor den Schritten von jemandem. Der Junge war nicht überrascht und sprang sofort in den Ofen. Und in diesem Moment betrat der Kannibale den Raum. Nun, er war so groß wie ein Berg. Der Kannibale holte zwei Säcke Gold aus einer riesigen Truhe und setzte sich, um die Münzen zu zählen. Er zählte und zählte, begann schließlich zu nicken und zu schnarchen. Dann stieg Jack langsam aus dem Ofen, kroch am Kannibalen vorbei, schnappte sich eine Tüte Gold und eilte zum Bohnenstiel. Er warf den Sack hin und begann, den Stiel immer tiefer hinunter zu gehen, bis er sie schließlich in seinem Haus befand. Jack erzählte seiner Mutter alles, was mit ihm passiert war und gab ihr eine Tüte Gold. Sie begannen von dem Geld zu leben, das in der Tasche war. Aber irgendwann war der Sack leer und Jack beschloss, sein Glück noch einmal oben auf der Bohnenstange zu versuchen. Eines schönen Morgens stand er früh auf und kletterte auf eine Bohnenstange. Die Frau des Menschenfressers stand an der Schwelle des riesigen Schlosses. Sie sagte, dass sie ihn nicht hereinlassen würde, weil ihr Mann das letzte Mal eine Tüte Gold verloren hatte. Trotzdem hatte sie Mitleid mit dem armen Jungen und ließ ihn ins Schloss. Plötzlich waren die Schritte eines Riesen zu hören und Jack versteckte sich wieder im Ofen. Der Kannibale trat ein und forderte seine Frau auf, die Henne mitzubringen, die die goldenen Eier legt. Die Riesen brachte es und der Oga befahl, dem Huhn zu legen, und sie legte das goldene Ei. Der erfreute Riese begann zu nicken und zu schnarchen. Dann stieg Jack aus dem Ofen, schnappte sich das goldene Huhn und eilte zur Bohnenstange. Der Junge kehrte nach Hause zurück. Er zeigte seiner Mutter ein wundervolles Huhn und sie fingen an, goldene Eier zu verkaufen. Aber bald schien es Jack, dass dies nicht genug war. Und er beschloss erneut, sein Glück oben auf dem Bohnenstiel zu versuchen. Diesmal stieg der Junge durch das Fenster ins Schloss. Er sprang in einen Kupferkessel und versteckte sich. Der Kannibale und seine Frau betraten den Raum. Der Riese roch den Jungen und sie beeilten sich, ihn im Ofen zu suchen. Aber er war nicht da. Sie durchsuchten jeden Winkel, aber sie dachten nicht daran, in den Kupferkessel zu schauen. Der Oger wollte unbedingt suchen und befahl seiner Frau, eine goldene Harfe mitzubringen und auf den Tisch zu legen. Die Kannibale schnarchte zu ihren schönen Klängen. Dann stieg Jack leise aus dem Kessel, griff nach der goldenen Harfe und eilte zur Tür. Aber die Harfe spielte laut und weckte den Kannibalen. Jack rannte kopfüber, sprang auf eine Bohnenstange und der Riese verfolgte ihn. Jack ging zu seinem Haus hinunter und rief seiner Mutter zu, sie solle die Axt tragen. Die Mutter rannte mit einer Axt in den Händen davon, der Junge packte die Axt und begann, die Bohnenstange zu hacken. Der Oger spürte, wie der Stiel heftig schwang und blieb stehen. Dann schlug Jack erneut mit einer Axt zu und schnitt die Bohnenstange. Es schwankte und brach zusammen und der Oger fiel zu Boden und stürzte ab. Von diesem Tag an kannten Jack und seine Mutter die Armut nie wieder. Aber der Junge tat es sehr leid, dass sie wegen ihrer Gier fast mit ihrem Leben bezahlt hätten. Er versprach, dass er nie wieder stehlen und hart für das Wohl der Familie arbeiten würde. Lemuel Auever verbrachte fünf ganze Monate mit seiner Frau und seinen Kindern in England, aber das Verlangen nach Reisen stellte sich als stärker heraus. Nachdem Auever der Kapitän des Abenteurerschiffs geworden war, machte er sich auf eine weitere Reise. Er rekrutierte 50 Besatzungsmitglieder, aber wie sich herausstellte, waren nicht alle Besatzungsmitglieder ehrliche Leute. Einmal, im Schutz der Nacht, haben Verräter ein Schiff in Aufruhr versetzt, sind in Gullivers Kabine eingebrochen und haben ihn gefesselt. Drei Tage lang hielt die Besatzung den ehemaligen Kapitän eingesperrt. Und am vierten Tag landeten die Verräter Auever auf einem unbekannten Land, ließen ihm einige Vorräte und segelten nach Norden. Der ehemalige Kapitän hatte keine andere Wahl, als landeinwärts zu fahren. Unterwegs begegnete er den Spuren von Pferden, was Auever Hoffnung auf eine baldige Rettung gab. Plötzlich erschien eine humanoide Gestalt am Horizont. Auever kniff die Augen zusammen und sah sie. Es war ein seltsam aussehender Affe mit dunkler Haut und lockigem Haar. Diese Tiere hatten lange Krallen an den Pfoten. Sie sahen so gefährlich aus, dass Auever den Atem anhielt und sich gegen den Baum dahinter lehnte. Aber dann packte etwas die Schultern des Reisenden und zog ihn hoch. Dies waren zwei genau dieselben Affen, die versuchten, ihre Beute auf den Baum zu ziehen. Auever bemühte sich, sich mit seinen Händen zu wehren. Aber die Tiere waren stärker. Während Auever in einem Ungleichenkampf kämpfte, war das Geräusch von Hufen zu hören. Als die Affen das herannahende Pferd bemerkten, warfen sie Auever und rannten entsetzt davon. Als sich das Pferd näherte, untersuchte es Auever mit Interesse. Dann kam ein zweites Pferd. Sie begrüßten sich mit einem Tritt ihrer Vorderhufe und gingen zur Seite. Die Pferde verhielten sich so intelligent, dass es Auever so vorkam, als wären sie Zauberer, die sich in Pferde verwandelten. Schließlich befahlen die Pferde Auever nach Rücksprache, ihnen zu folgen. Diesmal landete Auever in einem Land, das von intelligenten Pferden bewohnt wurde, den Gims. Und die seltsamen Affen, die Auever angriffen, dienten den Gims als Haustiere und erledigten die ganze Drecksarbeit. Also wurde der Reisende zu einem Haus gebracht, in dem eine Krippe mit Heu an der Wand entlang gespannt war und andere Pferde stationiert waren. Das Pferd bedeutete Auever, etwas Heu zu essen, aber der Reisende bemerkte einen Eimer Milch und bat um ein Getränk. Nach dem Abendessen sammelte Auever unter der engen Aufsicht von Pferdenhafer und backte Brot daraus. Dies überraschte die Gims so sehr, dass sie anfingen, Auever ihre Sprache und Kultur beizubringen. Die Pferde erwiesen sich nicht nur als intelligent, sondern auch als sehr edel. Sie kannten die Wörter Wut, Neid, Täuschung, Mund, Feindschaft nicht. Sie waren überrascht von Gullivers Geschichten über Geld, Schiffe und Staaten. Vor allem aber waren die Gims empört darüber, dass sich die Leute erlauben, auf Pferden zu reiten. Im Laufe der Zeit wurde Auever so von Liebe und Respekt für die Gims durchdrungen, dass er beschloss, nie wieder zu Menschen zurückzukehren. Alle vier Jahre wurde jedoch ein Repräsentantenrat in dem Land einberufen, in dem die wichtigsten Sachverhalte erörtert wurden. Auever dürfte als affenähnliche Kreatur nicht an den Treffen teilnehmen. Aus Neugier betrat er jedoch heimlich das Treffen und versteckte sich im Heuhaufen. Es stellte sich heraus, dass die Gims die seltsamen Affen lange Zeit für nutzlos gehalten hatten und beschlossen, sie zu vertreiben. Und Auever mit ihnen. Ohne auf sein Schicksal zu warten, baute der Reisende hastig ein Boot und machte sich auf den Weg zur nächsten Insel. Auever beschloss, den Rest seines Lebens fern von Menschen zu verbringen, die ihm böse waren. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Insel die Küste Australiens war. Auever wurde von Seeleuten eines portugiesischen Schiffes gesehen und zum Schiff gebracht. Der Kapitän entschied, dass Auever den Verstand verloren hat, also will er nicht nach Hause zurückkehren und erzählt seine Geschichten über intelligente Pferde. Als Auever nach London gebracht wurde, lernte er, den Anblick von Menschen mit großen Schwierigkeiten zu ertragen. Erst nach einem Jahr gewöhnte er sich an seine Frau und seine Kinder, aber selbst dann ließ er sich nicht berühren. Und für den Rest seines Lebens kommunizierte Auever nur mit den Hengsten, die er gekauft hatte.